Hey, yo, Digga, Breaking News, wir haben richtig, ey, hör mal zu, Breaking News, Alter. Ja, Mann, was gibt's denn? MyProtein feiert 10 Millionen Kunden weltweit. Ja, und? Na, die hauen eine fette Rabattaktion raus. Lass mich raten, es gibt 20% auf ausgewählte Artikel. Nein, Mann, dieses Mal hauen sie bis zu 45% auf alles raus. Warte, 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 warte. Auch auf das Clearway? Ja, Mann, sag ich doch, du kannst dein Mojito mit bis zu 45% sichern. Wie geil ist das denn? Haha, los geht's, geil. Wow, 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 Digga, mach mal langsam, langsam. Die haben noch was Krasses, pass mal auf, guck mal. Was denn jetzt noch? Weil sie ja die 10 Millionen Kunden weltweit haben, haben sie eine Special Edition vom Impactway rausgehauen. Mit 10 neuen Geschmacksrichtungen aus verschiedenen Ländern. Hier, probier mal. Pastelanata? Witzig. Kennt ihr diese Dinger, diese Puddingplunder-Teilchen? Ist doch geil, oder? Das muss ich gleich mal probieren. Okay, das riecht schon mal krass. Also es ist selten eigentlich bei Eiweißpulver, dass das gut riecht, wenn man das auspackt. Aber, let's go. So, können wir gleich mal gucken, wie die Löslichkeit ist, nicht? Das ist natürlich jetzt mit Wasser gemischt, aber ich bin echt gespannt, weil diese Pastelanatas, die habe ich immer bei meinem besten Kumpel damals in seinem Café gegessen. Eiweißpulver, der hat nämlich ein portugiesisches Café damals gehabt. Und da habe ich die Dinger lieb gewonnen. Krass. Ey, Bill, I'm in the mood for a switch up. Crazy. Krass, schmeckt original wie Sonata, aber es fehlt natürlich dieser Crunchy von dem Blätterteig. Das Crunchy fehlt, aber das kommt krass nah ran. Ey, weißt du was? Lass doch mal ein Gewinnspiel machen, Digga. Geile Idee. Was stellst du dir so vor? Pass auf, ich weiß doch schon, wie wir das machen. Trick 17. Ja, ja, nicht nur hier haben. Ja, pass auf. Die sollen innerhalb der ersten Stunde kommentieren, was sie von mir sehen wollen in Zukunft. Damit haben wir dann Input, was wir dann an YouTube-Content drehen können. Und die haben die Chance, drei Geschmacksrichtungen zu gewinnen. Wie geil ist das denn? Und dann können die sich das noch selber aussuchen. Du Schlingel, Alter. Ein richtiges Schlitzrohr. Aber ja, Mann, zwei Fliegen mit einer Klappe. Also, du kommentierst innerhalb der ersten 60 Minuten nach herauskommend dieses Videos, was du dir von mir wünschst, welchen Videocontent in nächster Zeit noch kommen soll. Und wir verlosen drei der neuen Impact-Way-Sorten der World's Kitchen, die du dir dann aussuchen kannst. Yo, Jay, was bestellst du denn da jetzt? Na, was denn wohl, Digga? Ja, ich bestell direkt mit Queller 10 bis zu 45 Prozent sogar auf das Clearway Mojito. Digga, da decke ich mich doch gleich ein. Hier, schau mal. Aber nur solange der Vorrat reicht. Und nur bis zum 14.09. Also deswegen, ich bestell jetzt schnell. Ja, Leute, ich hoffe, ihr feiert das Video genauso wie ich. Mir hat der Dreh nämlich richtig Spaß gemacht. Vielen Dank und Kudos an meine Nachbarn übrigens, die mir ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben, damit ich nicht in meinem Sausteil drehen muss. Ich kenne natürlich auch noch nicht alle Produkte von MyProtein. Deswegen habe ich mir hier mal alle Geschmacksrichtungen vom Whey besorgt, um mal zu probieren. Ich probiere mich jetzt durch eine ganze Menge von MyProtein durch, so jeden Monat Stück für Stück. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht mag, sind so Riegel. Aber zum Beispiel Gurgi feiert die Riegel und mag sie, promotet sie. Ihr werdet sie von mir nicht sehen, weil sie mir nicht schmecken. Aber mein Appell ist es auch sowieso, bleibt bei den Supplementen, bei den Basics. Was sind Basics? Basics ist zum Beispiel Whey. Whey ist eine Basic-Sache, die zum Beispiel noch nicht mal, eigentlich noch nicht mal als Nahrungsergänzungsmittel zählt, sondern eigentlich schon als Grundnahrungsmittel zählen sollte. Also bleibt bei den Basics. Einfach Whey zum Beispiel, Kreatin, Omega-3s, Vitamin D, vielleicht Multi. Und da sind wir auch schon eigentlich pretty much am Ende von den Sachen, die Sinn machen. Es gibt noch ein paar kleine extra Sachen, aber da werde ich ein extra Video zu machen. Vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier den Kanal, check die anderen Videos, schreib mir in die Kommentare unten, was du noch von mir sehen willst. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Quella Talks. Bis zum nächsten Mal.